Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite neue Season Kapitel 5 Season 2 Heute schauen wir uns alles um und wir erkunden die Karte und mit dem kleinen Shabby zusammen Keine Wartezeit, hätte ich jetzt mit gerechnet Es sind nur vier neue Karten und nur neue Orte hinzugefügt Jetzt gedacht wir hätten Wartezeit Shit on So Freunde benutzen wir uns das mal ein, ich bin nach lange lange Server down bis 4 Uhr Ich habe es nicht mitbekommen, hat ein Fortnite hat ein Down Problem Server zu starten Irgendein Update rauszubringen Ach die Aufgaben sind auch noch drin Mein Game lag Musst du mich hier pingen? 200 Ich habe jetzt 300 400 Wird immer spaßiger Habe ich 20 Kann sie mal klippen Wolltest du mir nicht mal zeigen, dass du mal einen Ping hattest, einen niedrigen, ganz niedrigen Oder ein 1.800 Ach ne, meinst du? Ein 1.000 meinst du? Ja Habe ich glaube ich auch gar nicht lieb gemacht von Wo werden sie aussteigen? Ja warte ich bin auch nicht drin Oh Das ist ja wie letztes Mal so Ist immer so Stimmt schon Sind nur neue Bereiche hinzugekommen Stimmt schon Da lass die erstmal beorten Fügegegnern bei Äh ne Durchsuche eines Ruhr Einer Munitionskiste Und Einer Lebensmittelkiste Habe ich auch Und dann nimm die Aber guck mal hier den Boden an wie es aussieht Alter Alter Man lagts ein bissl Ja bei mir nicht Muss ich mal einklidern wieder richtig Einklidern Ach da ein Pinkel Hö Ja genau Wo wollen sie landen? Alter Da sind die da Ich hab ne neue Waffen anballern Aber Sondern die ihm hakt ein bissl Alter Es gab Es gab Wo klingt ne neue Waffe? Ja höre ich Ach komm Fick dich Kommen nach unten Aber Treffen musste lernen Wer? Na du Wenn du treffen sollst Warum ich? Wenn du treffen solltest Respekt Sieht aus wie immer so Ja Ich bin oben Wuff Sind auch mehrere hier Alter Der kann ja fliegen Fing 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 Hihihi Mach bereit Einer neuen Waffen Glauben Glaub ich das hatte Na hab ich auch Ein bisschen gelackt bei mir das gm Mh Fing 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 Das wird zu kurz Wollen wir das auch mal machen Oder habe ich das Was denn Mit diesem Tanz Mit dem Tresor Ach Dreck kam wieder junge stell mir vor die machen die ganze karte groß also komplett neu ist noch größer und auch noch größer weiß wie ich das meine halt das stimme für die machen das wirklich interessant ist nur hinzugefügt gekommen also von der ecke hier hier und dann jetzt hier noch was ich öffne schon falsch und dass ich auf dem dach lande hier auf dieses dach netels dies dies da und tempel hat ja und dann der luten wenn ich und dann ein tempel habe ich gesagt ab und dann verstanden ja natürlich ja und für die musik also sie ist ja wenn wir neues nimm mal hey damit kannst du fliegen wollen sie es auch haben oder wollen sie es nehmen na ich wollte eigentlich auch mal ausprobieren ja dann hier bitteschön ja warte kannst du erst mal nehmen ich bin ja nicht so wichtig hab ein und es gibt nur gold was gibt es gibt es gibt es gibt kein gold mehr das schon wieder ja gibt kein gold und die hilfe noch ganz viele gegner und ich hab den auf jeden Fall der da unten war. Sind sie da unten oder was? Ja. Achja sind sie. Ja da hab ich gekillt. Guck da hat der hier so gemacht. Das ist hau neu. Weil ich weiß. Hab Superkräfte bekommen. Kami, Hami. Müssen sie mal wieder rein machen. Habs ja leider nicht miterlebt. Hier nimm du auch mal einen. Kannst ruhig behalten. Aber auch eine. Ja. Wie denn? Willst du es ein? Warte komm mit. Verlehrt hast du. Nee. Komm mit. Hier mit links klick. Flicks wie ein Adler. Lass hier mit. Komm ich nach oben? Na mit, mit dem Maus. Mit dem Maus musst du steuern. Klatscht mich dagegen geflogen. Ich auch. Nimm du mit? Hab ich schon lieber. Habe ich einen Pistel dabei. Weg damit. Shit. Aber die Season gefällt mir bis jetzt. Noch. Warum noch? Na kommt drauf an, wann die Auslöcher kommen. Was für Auslöcher? Na die Gegner aus. Wenn ich nicht vorher gefressen hab. Ess. Warte. Die Wasser ist geblieben. Ach, die ist auch neu. Die hier. Ja, die hast du auch so ne grüne? Wie heißt die? Torwälsch da. Schrotflinte. Eisbrecher. Hab ich. Ja. Hab ich auch. Warum fällt der Bus von der Decke? Was haben sie in deiner Hand? Ein Schwert. Ja, siehst du doch. Oh, guck mal oben. Da steht irgendwas. Bis sie gewert. Wir müssen die Chefs ausziehen. Ja, es gibt einen Boss oben. Siehst du diese Anzeige oben? Ja. Der wird gerade angegriffen, anscheinend der Bus. Und die ganze Bude zerlegt. Ach, komm, komm, klick noch einmal. Die ist auch neu, die Waffe anscheinend. Ja. Der wird angegriffen gerade. Komm, jetzt lass mal mithelfen. Ach so, wo ist mein Adler? Doch. Habe ich nicht. Habe ich. Komm mit. Ach so. Lass mal auf dem Tempel. Alter, man kann ja auch richtig ein Tornado nach unten gehen oder drüber rechtsklick. So, es geht richtig ab. Hä? Wirst du hin? Da oben runter. Es gibt hier shit. Achtung. Ah, das ist der Gegner. Oh, meh. Jo, das sind keine Bots. Das sind Gegner. Ja. Die abhauen, die in der Posie. Wir waren vor der Tür. Vorm Eingang bin ich. Liege ich auf dem Boden. Sind noch andere. Hui. Der Rest, die kannst du da einschlagen, wie so ein Tornado. Im Boden. Ja, genau. Und tschüss. Hui. Guck mal, ich kann fliegen. Ja, ich weiß. Finde ich cool. Gibt's noch mit der Jungs wieder, oder was? Wenn man da Dings macht. Ja, gibt's noch. Und dann kann ich ja noch schnell wegfliegen. Ja. Vielen Dank. Die Firma dankt. Gibt's Baby? Nö, ich bin keins. Bitte nicht anlügen. Wieso? Mal doch auch nicht. Bin ganz brav. Wieso? Waren sie Hilfe? Nö. Aber irgendwas passiert jetzt. Oh oh. Hilfe. Es gibt hier ein Endmuss. Hilfe. Oh ab. Oh ab. Aua. Hab dich geholfen. Ja. Pass auf. Ich habe mehr Leben als du. Hopp. Lieg mit auf die Flügel weg. Aber ja nicht. Warum haut er nicht ab, der Idiot? Der verfolgt mir. Oh ho. Na ist jetzt egal, lass dich sterben. Lass da nicht mehr landen. Wir haben es erkundet. Gehört? Ja. Wo ist denn der Kader? Ah? Ich muss die Kader aufsammeln. Das ist rüber auf einmal. Weil ich weg bin. Ich geh holen. Ja, hol mich. Leck mich. Ui. Lecken. Na, wann kann ich dich knutschen? Ui. Habe ich mit meinen Elbbogen gerade gemacht, so hier. Vielleicht angedockt. Ja, angedockt. Na, angeeckt. Wie angeeckt. Verstehst du das Wort nicht, oder was? Hab dich Streit gehabt, oder was? Was? Hab dich Streit gehabt. Nö. Warum verstehst du, angedockt, oder angeeckt? Was sagt man eigentlich, wenn man da Streit hatte? Ja, ich sag's anders. So steh ich zumindest in der Runde. Machen Sie den Koffer, ich hab einen für Sie. Nö. Nö, die sind ja voll, oder? Oh, heila, ich weiß, was abgenüppelt wird. Ich werde noch hier, ne? Oh. Ach so, das war damals so. Gut, war ich so weit weg. Na, angedockt heißt, dass ich angeeckt bin, an der Wand. Mit der Hilfbogen. Ach so. Habe ich doch gesagt. Ich hab den Streit gehabt, oder so. Nö, ne, Gott, ey. Hab nur halbzügehörde, ich muss ja hier, weil es ist da nicht zu viel denken. Wollen Sie die Waffe wieder? Nö. Oder sind Sie zufrieden mit dem Quidment? Naja, geht. Eine Waffe könnte ich noch gebrauchen. Die hier. Na, warte. Ja, warte. Hier habe ich auch gesammelt. Nee, die brauche ich nicht. Die neue, die du jetzt in der Hand hast. Wirst du die haben, na ja. Dafür kriegst du was Besseres. Toll, die Stahlwaffe. Wofür? Frost dafür. Achtung. Alter. Ach, natürlich. Oh Mann, ist das dumm. Wieso? Na, für die erste Runde. Na, für die zweite Runde. Mach bereit. Mein Baby. Ich stimmt, die ist cool, die neue Waffe. Gefällt mir. Dieser eine da. Komisches Visier. Komisches, äh, weiß ich nicht. Vielerfassung gedienst. えー, jawohl. Jusku, wieって500. Jusku, wie ist es? Villarferin. Ich habe auch nicht viel geschlafen, muss ich selber sagen. Wann bist du ins Bett? Na zwei. Was? Ich habe auch nicht viel geschlafen, muss ich selber sagen. Ich dachte, wir gehen zusammen ins Bett. Ich muss nur auf Töpfchen. Ich dachte, du hast doch hier. Groß. Das mache ich doch nicht in die Windel. Ach, das war mein Spruch. Ach, fick dich. Nee, das gefällt mir nicht. Bin ich kein Fan von mir, ehrlich. Das mache ich nicht in die Windel. Also brauchst du nicht über mich aufregen. Wieso? Habe ich doch auch nicht. Also hier ist eine Medallung. Sieht nicht mehr aus, dass es keine mehr gibt. Scheint auch so, dass es keine mehr gibt. Guck mal, was kann ich sagen. Gegegnern fahrt mit seltenen oder Waffen hinzu. Habe ich schon ausgewählt sogar. So, Mann, bei Sputnikfrei kommt jetzt Sexwerbung. Und wir hast du Musik eigentlich nehmen, oder? Ja. Gibt es Ressorten eigentlich noch? Was? Ressorten? Ja. Ja, es gibt ja keine Medallung mehr. Und da gibt es ja auch. Ja, 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 da gibt es ja auch. Oder wie gibt es noch? Wer weiß dort schon? Wenn wir gar nicht vorstellen. Na ja, guck mal auf der Karte, sonst wird es die Königin ja sehen. Ja. Ja. Und? Oh, ich habe eine neue Waffe. Ich habe eine neue Waffe bei mir. Nachtisch nicht neu. Überhaupt, was dran ist. Jäger, dem er irgendwas heißt, die mit Infrarot, glaube ich. Nimm mal. Nein, nein. Ja. Mensch. Fick dich. Es kann eh keiner gefühlt, habe ich das Gefühl. Oder es täuscht, dass. Na, trist. Dann du. Level 2. Ja. Ich bin auch Level 2. Schnurri. Baby. Nö. Bin keins. Kommst du mal mit? Dann lass mal zum Tresor. Nee, es gibt keine Kamera mehr. Komm mal her. Es gibt keine Waffenwerkstatt mehr, aber Tresor gibt's. Meins. Okay. Was? Okay. Was ist das? Hast du doch Gold wieder? Gold. Gibt's wieder? Ja. Und die Frage, da waren wir wurden. Gold. Ich finde es nur traurig, dass sie es neu ist. Äh, nicht sie es neu ist, aber nicht noch, sondern. Diggen, du weißt ja sowas, ich meine. Wegen was? Na, wegen, weil hier keine Medaille mehr gibt. Du musst es machen. Was muss ich machen? Lass die Tür aufmachen. Hier guck. Ja. Gar nichts mehr geführt drin. Ja, ja, nicht mal. Die fickt dich. Wen? Na, ich. Hab ich schon wieder gemacht. Achso. Ja. Gut. Du Baby. Nö. Selber. Gut. Bin nie eins. Ähm. Weiß nicht, was sie meinen. Ja, ich aber schon. 47, 45 kommt endlich mein Essen. Hab schon Knast. Haben sie liefern dürfen, sowas? Ja. Also nee, aber ich muss ja leider verworfen. Was für ein Trick. Wo bist denn hin? Na, ganz oben, wo du nicht bist. Einer dazu. Wohin? Warte. Oh ja, das ist nachher schon. Warte mal kurz. Achso, nee, ist geblieben. Das auch gut. Wie haben wir eine Waffe abgeworfen? Keine Waffe abgeworfen? Wer kommt? Der Waffen abgeworfen? Der Waffen abgeworfen? Waffen abgeworfen, wo es gibt. Mensch. Ist ja traurig. Was machst du? Es gibt keine Autos mehr. Aber dafür gibt es noch einen Bot. Nee. Ja, nicht die. Die anderen meine ich. Achso, die lieb sind? Ja. Oh Mann, Herr Karton wollte ich nicht sein. Ja, ich habe meine Waffe wieder. Oh Gott. Ich möchte gerne meine Waffe bezahlen. Sehr witzig. Wo kommt denn das her? Ach, der Bot ist da. Hast du dich schon nachschrocken? Nee. Aber? Gibt es nicht, warum schießen sie? Na, wollte ich nicht, weil ich reingetappt bin. Achso. Komm mit. Kommst du? Ist so ruhig auf irgendwie. Komisch. Ist doch irgendwie ja immer alle. Ja. Komisch, ne? Na, warte, ich schätze mal, die sind hier bei den neun Orten hier. Kann ich hier sehen, wenn man eine Waffe, die hat ja Infrarot. Hä, jemand hat Medaillum. Komm auf der Karte. Ich habe eine Waffe, die hat Infrarot, deswegen. Ja. Ja, guck mal auf der Karte. Ja, ich sehe es. Da liegt ein Schwert wieder hinten, hinter der Tür, hinter dem Haus. Wo? Wenn das haben wir, schnappst du hier. Na, hier hinter dem Haus. Da gibt es eben das Autos, Meister. Hier steht eins. Ja. Ja, ja. Ich sag mal, so jetzt habe ich. Nur weniger geworden, glaube ich, die Standort ist wahrscheinlich neu. Lass mal, äh, wo kommen wir jetzt, ne? Na, hier sind wir vorne. Da geht es in der Abkommission, ne, sind wir eingezeichnet. Ne. Zug gibt es auch noch. Zum Glück, das bin ich aber noch mal oben, müssen wir nochmal hin. Oben links. Ja, warte, wo oben links. Na, ein neues Gebiet, aber da müssen wir jetzt nicht hin. Haben sie ja schon markiert. Ja, da weiter in das Gebiet müssten wir. Ja, ich weiß, ich will, ob es so geht. Neue Gebiet. Oh, ein Medaillon. 25 GB hat das gehabt. So ein bisschen. Äh, so viel für so wenig. Naja, so wenig kannst du nicht sagen. Ist schon mehr. 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 Oh, die Kiste liegt auf dem Boden. Guck mal. Das ist die Kiste von Letzter Season. Liegt auf dem Boden. Äh, der mit dem Wasser da. Ach, lass. Ist doch jetzt egal. Oder nicht. Ich glaube, man kann mit der Kiste eh nichts machen. Doch, die von der letzten Season gewesen, weißt du, die man abschießen musste. Ja. Das ist eine Truhe. Das wird eine besondere Truhe sein. Ja, ist auch eine. Das ist ein epische Thron quasi. Äh. Ich habe mir Fehler. Ab ihn. Dann liegt er zumindest. kommst du wie von hinten doch die season gefälle bisher bis jetzt wollte eigentlich nur bis 200 ich wollte ja bis 200 bin und dann nicht mehr haben wir doch wieder nicht mehr wuste kuchen da ja wo zu gucken dann sage ich so weil es doch am ende war es wird als du hattest komm die lässt mich auch abtreten der gibt jetzt ist ein kumpel helfen ich holen ja ganz mal einfach solle drauf schießen auf mich die todel und nicht treffen du hast ja meist nicht alles gut ich kann ihn sehen weil ich einfach oder habe ja hast du nicht an jetzt eben doch habe ich es ist doch an gerade du kannst das nicht sehen bei mir ist das normal aber ich habe rot eine umskippen mittel links ja ich habe ein kill herr komm und nix was der karte stand ja das 12 steht da 11 welche man gekillt habe die kuscheln ja wovon kann das das ist so das war er sollten da machen ein schuss der junge damit legge der das down bin hallo hat es bei mir gemacht ein wort in worten ja genau worden es gibt sie essen ist fertig ich holt es ist gleich baby oh man was macht der piki piki ja was er macht wahrscheinlich will er angeben dass er besser ist als wir bis gleich 12 der platz ist doch gut ja welche level ist der beobachten 3 angefangen ist hier guckt er trifft hier ja ja und er trifft doch jeden gefühlt wie kann man denn sagt lieber nix ja das ist gut zu gucken junge da 13 geht es ja da zwölf kids spritzflasche hat sie gehört ja der zwölf kids das kann er weg alter das schwertes op was sollte man da machen wenn man hochfliegt bis gleich ja bis gleich ja Okay. 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 Guten Tag. Guten Tag. Guck mal, der trifft hier. Ja. Da hat schon 20 Kills. Ja. Das sind 8 Scheiben Brot. Womit? Bratwurst. Nee. Mett. Was? Mett, meinst du? Was ist Mett? Wie Bratwurst. Das ist Mett. Ja, dachte ich mir. Warum 9? Mett, mach ich. Ach, mach ich so. Räustet dich heute auf GTA 5? Kann man ja so denken, dass er cheatet. Ja, gefühlt schon, ne? Ja, so viele Kids hatte ich auch gehabt, letztes Mal. Da bin ich auch einmal abgenippelt. Alles klar, in der ersten, in der ersten paar Runden ist klar. Ja. Jetzt hier mal irgendwann ein. Ja. Der hat nur 2, 3 Runden gespielt und ist schon warm. Ja. Schön trinken, ne? Auch gerade, man sieht nicht, ob Splacey ist. Nee, stimmt. Ach, Mann. Mach mal bereit. Habe ich schon. Ach, guck. Haha, dein Kollege ist gestorben. Oh. Mettner trifft. Er ist da unten. Hey, guck. Hä? In der Luft. Jetzt hat er noch Medallium. Und Krone. Hä? Hat er ganz viel. Und 25 Kids wahrscheinlich am Ende. Ja. Will vor allem 1. Man zieht es halt in jeder Stadt. So, glaube ich, wir hätten ja auch sein. Durchbricht gegnerische Schilder. Ja, habe ich auch. Dann probieren wir die Aufgaben mal. Ich meine sie nicht mit Tussor. Ja, die haben wir. Das ist der hier. Hey, ich habe den nicht mehr. Ändl, gibt es denn noch? Hey. Ja, noch ein bisschen langsam. Ich habe mich gefragt. Das ist alles gut. Gehe nicht. 100 leute zum ersten sind auch trocken bei ihnen ja bei mir auch ich mag dich ja ja das war jetzt ernst gemeint freut mich nicht nur wie all das lange viele ja das habe ich auch festgestellt und sie lernen wenn dann auch einige ich habe die waffe gefehlt und die mir weg oh man dumm oder so herzlichen dank dass den gegner gekillt hast keine politik mehr gehabt jetzt war ich nicht mehr auch die puppe nach natürlich fast gehabt ich musste nachladen dann hätte ich den gab kontakt eine goldene waffe auf dem boden nach auf tost 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 heißt eine vor sechs stunden war warum jetzt haben wir das irgendwann ja ich soll dann nachgucken wir noch nicht drauf kommt eigentlich inwiefern da kann er trotzdem das spiel ach so ja keine ahnung auch oder nur bei epic games anzeigen wir sind das angezeigt wird auch das die epic freuen doch kann sein dass auch eine epic anzeigt in vorne selbst nicht wollte er wohl gucken abgekauft was ich gesagt hatte dass das ja verdammt sind ja ich habe vermute bis 20 uhr aber wo auch nix sollte morgen dachte ich auch nicht der erwartungsstörung wartungsfehler war doch immer gewesen ja das wäre schon gestern abend und dann gewinnen das spiel das sie ist früher ja mach ich doch das namen tag 15 uhr wie es angekündigt haben oder ich vermute dafür können das mittag sogar schon die dritte aufgabe steht bei ihnen genau mit weil es ist nur die schäber schauen zu aber dafür können ja da können die dafür kann ja es gibt es mit arbeitern nichts wenn die das gemacht haben wenn der kabel kaputt geht von server kann auch passieren er muss ja nicht sein ich halte täglicher fehler gewesen da haben wir keine grundsäge ja noch nicht was noch nicht wir hatten noch keine krone und aussteigen ach da hinten ist das ziel haben sie aufgemacht dem fallschirm müssen sie sagen dann ein bisschen weit weg das ziel ach ich kann das so gut hin aktiv oder lass auf den zug da kommt ja hier auch einige aber nicht mehr der drückt auf bumi das gehört ja wie ohne war war danke schön hinten ist auch eine munition ja munition habe ich nicht jetzt habe ich zweimal sieben war das bricht wohnen was haben sie hingeschmissen also das ist bei ist die kleide gewesen das bricht wohnen auch nie doch doch nicht das mal wohin dann lass mal wir haben mich nie mal getroffen und mein schwarzer hat man den schwarzer vorbei oder ja wenn ich das mein und du bräuchte es noch Ja. Das ist so. Three. Urgh! Oh, wie süß, ein kleiner Baum. Aber oh, eine, hab sie weggeschmissen. Kotzen. Ich glaub, mir ist schlecht. Warum? Du weißt noch. Von dir gesehen haben. Oh, wen noch? Der Ringverdiener, der schon wieder sein komisches Crash irgendwann spielt. Ja. Bei mehreren Stunden irgendwie. Ich sag angeblich, dass er kein Geld hätte. Ja, hat mir ja was überwiesen. Komisch, ne? Ich dachte halt keine Kohle. Ich hab was, aber wir müssen das haben, was ihm gehört. Nee, Adressen haben wir nicht gegeben. Was? Adressen haben wir nicht gegeben. Na, ich hab gesagt, welche Adresse da reingegeben. Wofür? Na, bei Paypal oder wo auch immer. Nee, Banküberweisung. Hm. Warte, lass mal. Muss man mit meinem Ende besser klarkommen. Hallo, ich muss mich auch verbessern. Ich will auch was machen. Besonderheit. Mal reingenießt. Jetzt. Arsch. Hat man das komplett gehört, oder? Oder hat das Kopf was ausgeliefert? Ich hab ein bisschen weit gehört. Klein bisschen stumpf. Die Musik läuft noch, danke. Mir ist kalt. Mir ist warm. Mit 20 krank. Ey, 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 ey. Müde? Etwas? Tja, mach ich mal wie du. Bisschen länger schlafen. Nö. Hab ich nur nachgemacht. Aussteigen? Vom Patch, aus. Meißer. Oh, man. Ich hab grad erst geheilt. Oh, man. Ich kann gar... Warte. Er kommt hinten. Bleib hier. Wir sind zu weit. Komm her. Rechts. Andere Seite ist er. Ich will dich ja nicht überfahren, eigentlich. Scheiße, kann ich treffen. Ja, aber was soll ich mit zwei gegen einen machen? Cheater. Hab nix gesagt. Ja. Sei doch nicht. Dieser Mann, der eine spritzt ohne uns. Ui, ich spritze. Essen. Bin ich so Level 3 und du? Seh ich grad nicht. Schön trinken. Schön nass machen. Ne? Ah ja. Freunde, jetzt mal eine Bewertung von, das hießen. Skala 1 bis hin, erst mal 9,8. Und dann sehen wir uns dann später wieder. Bye, bye und atti. Tschüss. 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 Tschüss.